Die Seele meines unsäglichen Vaters hat von ihr Besitz ergriffen. Er ist in den Kristallwald geflohen. Ich muss ihm folgen. Glaubt ihr, dass ihr lebend hier herauskommt, Schattenfreund? Dort draußen tobt ein Bürgerkrieg. Dann lasst mich diesen Krieg für euch gewinnen. Aber helft mir, Malakai aufzuhalten. Also gut, wir verlieren. Wir haben zu wenig Rohstoffe und kontrollieren keinen der Stadtteile. Sucht nach den Flaggen und sichert sie. Damit kontrolliert ihr auch die dazugehörigen Depots. Wenn wir alle 15 Depots einnehmen, gehört uns die Stadt.